Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Neri. Ja, in der letzten Folge sind wir weiter in diesen Gruft-Dungeon vorgedrungen und haben einige alte Freunde, Akolyten getroffen. Und ich glaube, es war auch noch letzte Folge, haben wir gegen einige starke Gegner versagt. Was haben wir denn hier? Spektraler gefallen, ja. Spiegel nicht ganz so schnell. Ja, toll. Gerade sage ich es aber, der kann auch diesen tollen magenschen Effekte-Spiegel-Effekt-Ding, aber nur der eine, der andere irgendwie nicht. Was für mich wenig Sinn ergibt. Wir fassen nochmal den Feinstallzweihänder aus. Die Viecher leuchten ja auch schön. Das macht es leichter, sie anzugreifen und sie zu treffen. Ich hoffe, auf dem Video sieht man das. Also ich sehe jetzt hier auch nichts, außer diese beiden Gegner unter den schwingenden Armen. Also die sind nicht sehr schlau, aber bringt viel E.P., was schon mal gut ist. Äh, gleich ist er da. Okay. Spektraler gefallen, äh, ja doch, Spektraler gefallen besiegt. Und er bringt Meta-Mana. Äh, ja, haben wir hier noch irgendwas? Ja, also die ganzen... Äh, Türen sind mit verfaulten Brettern irgendwie... ...lockiert. Bringt aber denen nichts... Denn... ...verfaulte Bret... Ah! Ah! Scheiße. Boah. Was war das gerade? Ey, wo kam diese Spinne her? Also ich habe mich noch nicht so von einer Spinne erschreckt. Und sie hat so einen tollen Zauber, der uns irgendwie instant tötet. Ja, also ich würde mal sagen, Dungeon nicht für uns geeignet. Stufe 13er sind hier nicht erwünscht. Deswegen werden wir ganz schnell verschwinden aus diesem tollen Dungeon hier. Also, gegen Spinnen und irgendwelche mutierten Skelette und höhere Skelette kämpfen wir. So, sagen wir mal, Stufe 20 wäre hier, glaube ich, ziemlich angebracht. Vor allem brauchen wir bessere Ausrüstung. Mh, ja. Dann würde ich mal sagen, verschwinden wir. Der Dungeon hier, ja, war jetzt nicht wirklich das. Und plus Ultra. Wieso waren wir da noch nicht? Oder waren wir schon mal? Äh, ja. Ich frage mich gerade, was das hier für Holzstäbe sind. Sondern da Sperre darstellen? Ja, scheinbar. Also hier hat man sehr gerne mit Sperren gekämpft. Aber, ähm... Finde ich etwas merkwürdig, dass da nur Sperre verwendet wurden. Ja. Also würde ich mal sagen, Dungeon gefailed. Aber ich werde ihn irgendwie auf der Karte vermerken. Und dass wir hier irgendwie nochmal zurückkommen. Wie ging das? Genau so, ähm... Was? Belassen? Hier möchte ich ne... Nein, ich möchte sie belassen und hier eine Markierung dazufügen. Kann ich nur eine setzen, oder was? Okay, ich kann nur eine setzen, dann werde ich es mir einfach merken müssen. Oder ging das nicht mit? Super. Äh... Schlachtet Monster, der Stufe ist so und so viel. Aber ist nicht dazu in der Lage, eine Markierung zu... Machen. Okay, ja. Also wenn's nur irgendwie geht, sollte es mir Beteiliger sagen. Wenn nicht, ähm... Egal, ich werde es mir merken. Und dann in Part 250 oder so, äh... Hier hin zurückkehren. Und diese Viecher hier nieder mit Zillen. Ja. Ganz nach dem Prinzip der Wache. Naja. Vielleicht hab ich mir bis dahin auch dieses tolle Tagebuch da durchgelesen. Und dann weiß ich vielleicht auch, warum ich das tue und wieso die hier wieder aufgestanden sind. Äh... Äh... Malfresser. Oder sowas. Nicht weiter wichtig. Ja, und hier sind wir schon in Wellenfels angekommen. Ja. Äh... Nicht sehr beeindruckend. Die Stadt ist halt irgendwie... Ja. Wir... Wir müssen übrigens mal auf Kim achten. Denn letztes Mal... Ist die hier einfach abgehauen. Ich hab's erstmal nicht wiedergefunden. Siehst du das Schiff da hinten? Das müsste es sein. Komm! Ja, denn... Letztes Mal ist sie bei mir nicht auf dieses Schiff gelaufen. Da war sie einfach weg. Ich glaub, die ist irgendwo abgesoffen oder sowas. Von daher. Will ich jetzt einfach mal folgen erstmal. Es sieht so aus, als würde sie doch auf das Schiff gehen. Ja, okay. Äh... Sie bleibt da dann stehen. Das interessiert mich jetzt nicht weiter. Stattdessen werden wir jetzt erstmal hier... Äh... Zur Kapelle reiten. Was man... Auch tun sollte. Denn hier kann man bei diesem Mittenhörn hier... Oder irgendwas... Diesen tollen Zauber hier erlernen. Nämlich Teleportation Wellenfelds. Ja. Sollte man in jeder Ortschaft machen. Teleportation kostet nicht viel. Und im Notfall... Ist es schon ziemlich praktisch. Ja, ich find das System auch besser, als das Schnellreißsystem muss auf Libyen. Denn das war einfach nur öde. Wenn man sich dann einfach hingeportet hat. Ja, und... Wie gesagt... Nicht wie gesagt, aber auf jeden Fall ist da dann halt kein richtiges... Äh... Keine Atmosphäre richtig entstehen... Hat keine Atmosphäre entstehen können. Und... Bla, bla, bla. Ja, ich werd jetzt erstmal mit dem Typen hier handeln. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich fertig gehandelt habe. Bis dahin. Ciao. Ja, und schon geht's weiter. Ich hab, wie man da oben sieht, ein bisschen Handwerkskund... Kunst und schwere Rüstung, äh... Verbessert. Außerdem ein paar Sachen verkauft. Und Pfeile eingekauft. Also wir haben uns wieder möglich. Sollten wir auch haben, denn... Jetzt diese Folge noch nicht. Aber ich denke, so nächste wird's erstmal... Kein Hinweis in der Nähe geben. Ja. Also das hier ist das Schiff. Wir sprechen nochmal mit Kim. Das haben wir sich schon gefragt. Dann werden wir jetzt mal mit dem Ersten... Okay, Aragorn. Mit etwas anderem Namen, äh... Was gibt's denn, hä? Wir sprechen jetzt erstmal mit dem Ersten. Wollt ihr Zeug kaufen? Wir haben so ziemlich alles, was man brauchen kann. Müsst nur sagen. Wir möchten nach Stormwind. Also der Hauptstadt von Arkwind. Hey. Stormwind. Hm, nichts Ungewöhnliches. Na, kommen wir mal wieder mal ein paar Leute mit. Kein Problem. Mit ein bisschen Gold könnt ihr mitkommen. Sobald der Käpt'n wieder da ist. Ah ja. Wann wird das denn ungefähr sein? Sehe ich etwa aus, wie der Schöpfer höchst selbst? Wächst mir etwa Gras aus der Tasche? Woher soll ich denn wissen, wann dieser Trofenbeut wiederkommt? Dann... Hat sich doch letzte Nacht wieder voll auflassen. Nee, lieber nicht. Da ist ein Schiffsleck. Du Scheißdreck dagegen. Eigentlich hätte er mittlerweile wieder hier sein müssen. Ja, wir sehen auch hier wieder sogar ein erster Mat. Ein Plünderer. Hat wieder mal so viel zu reden wie... Keine Ahnung, irgendein Gelehrter in irgendeiner Westen. Und ich will uns seine Lebensgeschichte nah erleben. Schade. Hey, weil... Ich würde dann eigentlich Käpt'n werden. Wenn der Typ drei Tage verschwunden ist. Also vielleicht klappt es ja diesmal. Müsst ihr Zückerpüppchen halt dann wieder kommen, wenn ich der Käpt'n bin. Oder der Saftsack kommt doch noch. Ach, werden wir ja sehen. Ja, also... Und was machen wir jetzt? Okay, dankeschön. Es wäre bestimmt ein guter Anfang, uns in der Taverne umzuhören. Dank ihrer Rüstung sehen wir auch kaum, was da steht. Ja, keine schlechte Idee. Werden wir jetzt auch mal machen. Äh, ja, man sollte auch in Dörfern immer erst in die Schenke gehen eigentlich. Das habe ich diesmal nicht gemacht, weil wir da ja eh nochmal hin müssen. Ist meistens der Mittelpunkt unziemlich wichtig. Oder der Marktplatz, aber die haben hier keinen, weil sie zu unwichtig sind. Also, nur die Taverne zum rostigen Anker. Äh, ja. Was für ein keimiger Schub. Ähm, also hier sind überall Keime, sagt Kim, die Keimforscherin. Ja, hier, ähm... Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Das hier sind die Juteboxen, oder wie das heißt. Ähm, von Nerim. Auch sehr cool gemacht, wirklich. Ähm, finde ich nur eine innovative Idee. Nur leider ist hier auch wieder derselbe Fehler wie in den anderen Tavernen auch. Oh, niedrig. Ähm, nämlich wenn man... Okay, scheinbar reicht es schon aus, wenn man eine Kiste öffnet. Ich wollte eigentlich sagen, wenn man mit irgendeinem redet, wird das einfach beendet. Also, sprechen wir jetzt trotzdem mal mit ihm. Also, das Schiff heißt Bessie und wir möchten wissen, wo der Käpt'n ist. Oh, kenne ich, kenne ich. Der kriegt ziemlich viel runter, bevor er umkippt. Gerade eben war er noch da. Aber dann haben ihn zwei Männer unter den Arm genommen und nach draußen geschleift. Hab mir nicht viel bei gedacht. Die Männer kenne ich aber. Die haben vor kurzem einen Schuppen etwas außerhalb des Dorfes gemietet. Da solltet ihr mal nachschauen. Okay, endlich mal einer, der wenig spricht. Ich mag den Kerl. Siehst du, das war doch ganz einfach. Jetzt müssen wir nur noch dorthin gehen und den Käpt'n rausholen. Das schaffen wir schon. Schließlich sind das nur stinknormale Gaune. Der Schuppen ist irgendwo am Dorfrand. Ich hab's noch gar nicht erwähnt, aber ich hab ein Mod installiert, nicht, aber angewendet jetzt, dass Kim jetzt besser aussieht. Ja, sieht schon besser aus, aber irgendwas stimmt mit den Haaren nicht. Die wirken jetzt nämlich so merkwürdig. Weiß ich nicht, irgend so grau oder so. Haltet ein! Ihr habt... Mh, ja, hier. Kriegst du ein bisschen Geld. 25 Gold. Was war das gerade? Warum hat das geladen? Egal. Wir haben noch... Wieso haben wir nur noch 3000? Okay, ist... Ist jetzt egal. Wir haben noch genug Gold. Stört uns jetzt nicht weiter. Ja. Die Folge ist zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten wieder mit 21 FPS. Bis dahin. Ciao. Ciao.